Eine solche Wordliste zu erstellen ist nicht schwer. Du brauchst einfach einen Tabstopp. Du siehst im Lineal, dass hier ein Tabstopp bei 9 cm gesetzt wurde. Du kannst den Tabstopp einfach anpacken und verschieben. Das funktioniert mit der Maus. Aber hast du auch gewusst, dass es raffinierter geht? Wenn du nämlich die Alt-Taste festhältst und dann den Tabstopp verschiebst, bekommst du sogar Zentimeterangaben gezeigt und kannst deinen Tabstopp ganz gezielt platzieren. Wenn du das gut findest, lass mir gerne ein Like da oder schreib es mir ins Kommentar. Und ich freue mich auch über ein Abo.